Lass ich es jetzt sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, habe ich Kohle oder nicht Kohle, habe ich Glück oder nicht, ist die Liebe gestern oder morgen erst, hey, wenn ihr Lust habt, morgen im Kuhkun, wir sind dabei um 20 Uhr. Da war jetzt aber wirklich viel Schönes dabei. Peter Lohmeier bei TalkDoc. Wir freuen uns. Heute oder morgen ist egal, je nachdem wann ihr das seht, also 20 Uhr.